So, herzlich willkommen meine Krier und Krierin, zurück zu Penumbra Black Plug. Wir sind hier in diesem eigentlich recht, es wirkt nicht so schwer, das Rätsel, aber ich stelle mich auch glaube ich gerade irgendwie an. So, passt auf, wenn ich hier jetzt die, hier grün drücke, dann verändern sich die beiden, genau. Wenn ich jetzt hier grün drücke, verändern sich die unteren beiden und das wird rot. Okay, wir müssen irgendwie alle, das geht ja gar nicht. Ich kann überhaupt nicht alle grün machen. Doch, kann ich schon. Nein, nein, kann ich schon. Das macht jetzt keinen Sinn, was ich hier mache. Oh, ist das dein Ernst, oder? Oh, oh. Oh, oh. Hey, stelle ich mich da gerade des Todes an? Oh, 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 oh. Das ist der einzige Dreckseffekt. Oh, ich dachte, ich finde hier irgendwas Nützliches. Oh, Bruder, geh doch mal ein bisschen beiseite jetzt. Ja, cool, aber wenigstens haben wir das geschafft. So ein Müll. So ein absoluter Müll. So ein Müll. So muss das, Freunde. Und dann direkt mit der Hand... Hätte ich genauso gemacht. I won't budge. Ach so, wahrscheinlich ist der... Wahrscheinlich ist es... Boah, da wollte er irgendwas raus. Warum nicht einfach nur Pioneers of Pagonia spielen? Warum ist denn das jetzt noch offen? Ich habe doch gerade den Strom ausgemacht. Oh, da waren es hier elektrische Türen. Bruder, das bezweifle ich. Was war das? Oh, scheiße. Du bist tot. Ja, okay, töte mich. Okay, okay, gut, dass wir gespeichert. Äh, äh, Painkillers. Okay, irgendeine Spritze für irgendwas. Ui, ui, ui. Also, ich muss da wieder raus. Some empty boxes. Be careful. Gut. 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 Is someone there? Must be a creeper, right? Ich glaube, das sollte halten, oder? Das sieht genauso aus wie der Raum von vorher. Okay. Siren, a filthy siren. Das soll der Weg nach draußen sein. Warum, warum sind sich Leute in Horrorspielen immer so sicher, dass ein Ventilatoren-Tunnel sie rausbringt? Woher nehmt ihr euer Wissen? Dass das der Place to go ist. Hey, hier war ich doch schon mal. Hä? Was mach ich denn jetzt wieder hier? Na toll. Ich bin im Kreis gelaufen. Äh. Na, ach so. Muss ich durch die andere Tür, wo er gerade durchgekommen ist, oder? Ach, ich kann die nicht mehr öffnen. Ich kann die Tür nicht mehr geben. Ich will nicht buddeln. Ich benutze die Alcool zu clean und sterilize die Siren von der alten Drei-Bloot. Clean Siren. Orange. Ja, was soll ich denn jetzt mit der Spritze freuen? Boah, ich bin ein, in diesen Spielen, in diesen, ich muss mal irgendein Horrorspiel spielen, wo ich nicht wirke, als wäre ich der größte Beppo, der irgendwie hier in der, in der Hood rumläuft. Sag ich euch, wie es ist. Mega. Also es hält auch wie. Also ich könnte jetzt natürlich Blut von der Leiche von dem Professor nehmen, aber why? Ja, okay. Ach Gott, only trusted blood. Ja, okay. Soll ich die nochmal füllen? No, not quite right. Okay. Schön. Ah, if this stronghold was anything like as elaborate as its security, I was in for an experience. I didn't know what to expect, but I was getting used to that. Okay. That light, it doesn't seem natural. Ne, das sieht wirklich nicht, das sieht... Es sah im ersten Moment, sah es geil aus, aber dann so, ne, Digga. Okay. Another fuse box, this one seems to be broken. Ja, da fehlen einige Kabel. Die werden wir vermutlich fixen müssen. Deswegen geht der Hebel auch nicht. Das ist das Problem. Oh, was bist du? Welcome... A CD labeled Welcome to the Shelter. Welcome breathing. Okay. Du bist zu spät, es tut mir leid. Wir haben zusammengepackt und sind heute gegangen. Es ist sechs Monate her, seitdem wir diese Festung hier etabliert haben und circa ein Jahr, seitdem der Turngate-Virus aufgetaucht ist. Es ist klar, dass es keine Rettung für uns geben wird. Wir haben abgestimmt und uns dafür entschieden, uns in Richtung alter Mine aufzumachen, wo dieses Gebäude etabliert wurde. Right towards the start of the troubles. Kurz nachdem die Probleme begannen, ist einer der Wissenschaftler in diese Richtung gegangen. Wir haben seitdem nichts von ihm gehört, aber du weißt ja nie. Die Stimmen waren 8 zu 3. Okay, 8 zu 3. Das heißt, es waren noch elf Leute am Leben. Das heißt, elf potenzielle Gegner. Falls irgendjemand zu diesem Punkt zurück möchte, ich vermute, du möchtest das Gleiche. Es können nicht mehr als ein paar wenige Überlebende dort draußen sein, selbst jetzt. Und immer mehr von uns verschwinden. Gehen verloren oder werden infiziert. Sewers weiß ich leider nicht. Eventuell müssen wir alle einen Weg nach oben finden und dann durch das Eis. Wir werden möglicherweise an Unterkühlung sterben. Aber es ist besser, was in dem Grauen passiert. Die einzige Person, die möglicherweise dort draußen sein könnte, ist Howard. Als einer unserer Anführer hat er vor ein paar Wochen die Basis verlassen. Und das ist Teil davon, was uns dazu führt. Er hat die Küche in ein Büro verwandelt. Und hat ein paar alte Texte übersetzt. Wenn er ausgerufen hat, dass er seinen Weg gefunden hat, to counteract the disease. Disease ist ja eine Krankheit. Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Amabel Carlito, Sue Chef. Sue Chef, das ist jemand, der in der Küche arbeitet. Ähm, okay. Großartig. Großartig. Drainage. Was? Drainage Sword. Painkillers, immer gut. Die werden wahrscheinlich noch sehr, sehr viel nützlicher werden. Okay. Es sollte festhalten werden. Es sollte festhalten werden. Ich sehe jetzt gerade nicht, was ich hier nutzen könnte. Geht es nach oben? Wir müssen den Notfall auslösen. Ich würde mich trotzdem für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer OniNetsPlay. Ciao, ciao.